Was erwartet euch am Sonntag, den 17. April 2024? Spuren verloren an Erinnerungen, wie angekündigt vorher das Plakat. Ich habe es da am Anfang eingestellt. Nach diesem Video wird das noch einmal reingestellt, dann noch einmal reingestellt und vielleicht noch einmal reingestellt. Also ich habe schon einige Anmeldungen dafür. Ich freue mich total auf diesen Nachmittag. Beginn ist da 14 Uhr. Wie gesagt, in diesem Verein ist ja alles da zum Lesen. Eintritt gibt es keinen. Nein, 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 nein. Es wird auch kein klassischer Vortrag in Bezug auf dieses Buch und was ja seit 2012 veröffentlicht ist. Auch nicht in Bezug an den Teil 2, an dem ich jetzt arbeite. Einer für alle, alle für einen. Nur ganz kurz, was erwartet euch da eventuell? Ich habe ja keine Vorgaben für mich oder so. Weißt du, wer da ist, ist da und was sich so ergibt, ergibt sich so. Aber was ich schon anbringen möchte ist, in Teil 2 meines Buches, weil es jetzt schon zwölf Jahre am Markt ist, bekomme ich Rückfragen. Du, Hubert, bla bla, wie meinst du das? Wie ist das? Ich werde auf alle Fälle auf eine Sache mehr eingehen wahrscheinlich, weil da die meisten Fragen waren. Ich habe ja das Kapitel Zukunft hier drinnen, wo es ja jetzt genau diesen Ablauf man sehen kann. Erstens einmal die erste Frage, wie kannst du das wissen? Zweite Frage, dieser Übergang, dass es nicht so weit kommt, wie soll der vonstatten gehen? Oder wie macht sich das bemerkst? Sind wir da jetzt schon drinnen? Wie schaut es in 10 Jahren aus? Wo geht es im Endeffekt hin? Okay, diese Fragen werde ich da beantworten, natürlich nur aus meiner Gewissheit. Also ich freue mich, wenn Sie kommen. Wichtig ist nicht eine Anmeldung. Nicht wichtig, wer kommt, der kommt. Schauen wir mal. Auf alle Fälle auch diese Videos, was ich da raufgegeben habe, von Michael und von mir. Das ist schon, ich weiß nicht, 20 Jahre her. Ich weiß nicht, 15 Jahre. Dieses Programm wird natürlich erweitert dann. Und in diesem Sinne, Freunde. Hubert. Das ist schon, ich weiß nicht, 20 Jahre her. Das ist schon, ich weiß nicht, 20 Jahre her. Also, falls ihr das nicht gehört habt, Sä drausen kurt das Geburtstagskind, das autboischen. eher ausnutzen. Untertitelung. BR 2018